Moin meine Freunde und herzlich willkommen auf der Cress Garage zu einem neuen Video, direkt hier aus dem Krankenbett. Ich bin vorletztes Wochenende vom Tamir Eurocup Deutschland Finale wiedergekommen, habe unheimlich viele coole Materialien dabei, habe am Montagabend noch ganz schnell ein Video zu den Karosserien geschnitten, am Dienstag dann die drei Rennen, die jetzt zuletzt auch online gegangen sind, geschnitten und besprochen und am Mittwoch musste ich zur Baustelle, am Donnerstag musste ich hier für den Umzug was vorbereiten, am Freitag war noch irgendwas anderes und am Samstag bin ich krank geworden. Eigentlich sollten wir jetzt Kitaschließzeit drei Wochen Urlaub im Wohnwagen machen, Hört sich ein bisschen schöner an, als es eigentlich ist, denn der Urlaub ist in unserem Haus, an unserem Haus. Das ist noch nicht ganz fertig und noch nicht fertig, genau. Da müssen wir noch Wände streichen, Boden legen, damit die Küche reinkommen kann, damit die Treppe reinkommen kann, also da steht noch einiges an und zu dem Ganzen, was da jetzt noch so alles ansteht, bin ich jetzt halt krank geworden. Eigentlich wollte ich die ganze Woche so gut wie es geht Videos vorschneiden, damit ich wenigstens so alle zwei Tage jetzt erstmal für den Anfangszeit Videos habe, aber mein letztes Video ist dann halt schon am Sonntag online gegangen. Alles nicht so schön. Ja, ich werde versuchen, also das Ding ist, wir haben den Wohnwagen, meine Frau ist jetzt mit dem Sohn schon zum Wohnwagen gefahren, zum Haus, der wird da jetzt heute aufgebaut, das haben wir schon versetzt, sollte eigentlich Sonntag passieren. Und ich werde jetzt morgen nachkommen. Genau, und ich werde mal gucken, dass ich so zwei, drei Sachen vielleicht mitnehmen kann. Ich muss viel am Haus arbeiten, aber vielleicht kann ich ja so ein paar Sachen irgendwie anders aufarbeiten, kürzere Videos mal machen, vielleicht mal mehr mit dem Handy filmen, so wie das jetzt hier. Ich habe drei wundervolle Podcasts aufgenommen. Also drei wundervolle Podcasts aufgenommen, die sollen online gehen. Da muss ich halt nicht viel schneiden, da muss ich nur gucken, dass ich den Ton synchronisiert kriege und das dann halt vor Ort hochgeladen kriege. Das sind ganz tolle Sachen, das möchte ich auch noch mehr machen. Ich nehme den Laptop mit und die ganzen Daten vom Tamir Eurocup, aber ich weiß halt nicht, wie schnell ich das hinkriege oder wie fertig ich bin, wenn ich da jetzt so viel arbeite. Mich würde mal interessieren, was jetzt so euer Jahr gemacht hat. Könnt ihr mal gerne was drunter schreiben. Welche Videos euch überhaupt jetzt in den letzten Monaten, war ja eine ziemlich krasse Sommerpause oder Sommerflaute mit den Olympischen Spielen, mit der Fußball-Europameisterschaft, was da so für Videos sind, die ihr gerne guckt, wegen welchen Videos ihr zum Beispiel auch ein Abonnement dargelassen habt, dass ich mal langsam so ein bisschen mein nächstes Jahr 2025 anpeilen kann, um das so ein bisschen zu strukturieren. Ich muss auf jeden Fall mehr daran arbeiten, endlich diese Videos, Serien, die ich angefangen habe, auch zu Ende zu bringen. Ist ja immer ein bisschen sehr stressig in der Phase und dann auch über mehrere Tage was mal zu drehen und auch stehen zu lassen. Aktuell kriege ich das hier nicht so gut hin. Ich werde aber halt im neuen Haus dann einen kleinen Raum haben, in dem ich so ein festes Studio aufbaue. Das heißt, ich kann auch mal eine Karosserie liegen lassen und am nächsten Tag weiter drehen. Da freue ich mich schon drauf. Ansonsten gibt es in der Region, wo wir hinziehen, auch ziemlich coole Sachen. Gar nicht so weit weg ist ein Modellflughafen. Da möchte ich mich auch mal so ein bisschen austoben und ein paar Sachen angucken. Finde ich auch spannend. Da gibt es dann natürlich auf den ganzen Gewässern mehr mit Booten. Auch spannend. Es gibt ein paar coole Bäscher-Treffen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch eine RC-Rennstrecke gefunden, die in Brandenburg an der Havel ist. Das sind dann von uns so 25 Minuten. Die haben so einen Rallye-Teppich- und Offroad-Streckenbereich und fahren direkt am See auch mit Booten. Wird also spannend. Und direkt bei mir in dem Ort, wo wir hinziehen, oder in der Gemeinschaft, ein anderer Ortsteil aus der Ortsgemeinschaft, gibt es auch eine Bäscher-Freunde-Treffen. Das sind, glaube ich, fünf, sechs Leute bis jetzt. Da werde ich auch ab und zu mal auftrauchen, mir deren Meinung noch holen, mich mehr in der Szene auch ausarbeiten. Ich freue mich auch schon drauf. Ja, und ansonsten ein paar Serien, wie gesagt. Beim Tamir Airocarp habe ich ein bisschen was. Da habe ich die Hamaguchi-Brüder begleitet. Da wird es so zwei, drei Doku-Folgen geben. Wir haben selber da ein 2,4-Stunden-Rennen-Tragklasse gefahren. Da habe ich nicht nur uns, unser Team, begleitet, sondern auch noch ein paar andere. Da wird es noch eine schöne Doku zu geben oder auch wieder mit zwei, drei Teilen, je nachdem, wie lang das Ganze ist. Habe sehr viel Material da gesammelt. Und ja, jetzt muss ich erst mal so schnell gesund werden, wie es geht. Dann Frau und Kind wieder unterstützen, Haus bauen. Und ich glaube 2024 wird ein bisschen strukturierter, ein bisschen einfacher dann auch und ein bisschen schwerer. Mal gucken. So, wir sind jetzt hier bei ein paar Minuten angekommen. Ich wollte es nur mal so gesagt haben, damit ich heute was hochlade. Und einige von euch, vielleicht die gewohnt sind, dass fast jeden Tag ein Video online geht, jetzt wissen, warum jetzt erst mal nicht so viel passiert. Ich versuche die Lücke aber nicht zu groß zu lassen und auch was hinterher zu schieben. Der Algorithmus von YouTube braucht das natürlich. Lasst gerne ein Abo da, drückt gerne die Glocke, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten drunter. Ich sage jetzt noch, ciao und tschüss, bis bald, euer Kress.